... und nun soll der Wettbeistel im Völkelball gefunden werden. Scheiße, Alter, hier ist voller Macht. Formation einnehmen. In Ordnung, vorwärts, Kass. Zeigen wir Ihnen, was wir können. Tja, Tom, sieht so aus, als wollten die Amerikaner langsam richtig ernst machen. Ich nehme nicht an, dass sie Schwierigkeiten haben sollten, den Ball mit ihren bloßen, lunden Augen zu erkennen. Genau, Maus, ein Drang, dass sie diese großen Augen haben, sonst werden sie auf ihren überlagenden, amerikanischen Intellekt angewiesen. Du hast die Wettbeistel auf Lagen abgesessen. Das Spiel ist freigegeben. Sieht so aus, als wollten die Amerikaner langsam richtig ernst machen. Ich nehme nicht an, dass sie Schwierigkeiten haben sollten, den Ball mit ihren bloßen, lunden Augen zu erkennen. Genau, Maus, ein Drang, dass sie diese großen Augen haben, sonst werden sie auf ihren überlagenden, amerikanischen Intellekt angewiesen. Du hast die Wettbeistel auf Lagen abgesessen. Das Spiel ist freigegeben. Neue Fresse. Verdammt, Alter. Hey, wie nennt man einen weißen Amerikaner mit einem Doktortitel in Physik und Lächeln in Mathematik? Keine Ahnung, wie denn? Einen blöden Augen. Noch ein Amerikaner, die zu Boden, äh, die Nummel, äh, keine Ahnung, alle Amerikaner sehen gleich aus. Oh mein Gott, sie haben keine getötet. Die, ich meine, oh Mann, der letzte Amerikaner, der auf diese Alpe stolpen ist, mal Abla am Linkel. Alter, das ist nicht cool. Du blickst uns nur mit kleinen Schwierigkeiten. Heute, am vierten Tag der Woche. Spiele aus Sauspalk. Die chinesischen Spiele sind noch alle vollzählig. Das sollte in Külze vorbei sein. Los, Waldelfen! Hey, soll ich mal einen richtigen Amerikaner imitieren? Ja, mach. Okay. Hey, das will ich unbedingt haben. Das sieht richtig gut aus. Hey, lass mich mal, lass mich mal, lass mich mal! Ich zahle mit meiner Credit Card. Äh, haben Sie milcharme Milch? Ja, genau. Meine Schwester ist Praktikantin im Weißen Haus. Äh, das hab ich nur getan. Soll ich mal einen richtigen Amerikaner imitieren? Ja, mach. Okay. Hey, das will ich unbedingt haben. Das sieht richtig gut aus. Hey, lass mich mal, lass mich mal, lass mich mal! Ich zahle mit meiner Credit Card. Äh, haben Sie milcharme Milch? Ja, genau. Meine Schwester ist Praktikantin im Weißen Haus. Ach, was hab ich nur getan? Ich sagte was, er ist gerade erst klar geworden. Ich war besessen und Besessenheit ist nicht gut. Was wäre gewesen, wenn wir nicht gewonnen hätten? Na und? Die Enttäuschung wäre doch nur umso größer gewesen, wenn wir im nächsten Jahr nicht gewonnen hätten. Unser Dasein wäre nur noch in den Völkern beigekreist. Wir haben vorher prima gelebt. Aber es tut mir so leid, Kinder, mir ist das alles zu Kopf gestiegen. Könnte mir jemals verzeihen. Na los, vergessen wir das blöde Spiel, ab nach Haus. Los, Ballwelfen! Ey, wenn du willst, dass er den Ball wirft, dann lies das hier vor. Danke, du amerikanische Flachpfeife. Du flanchösische Stück Scheiße. Will Ball! Was ist denn, Franzmann? Hast du etwa... Ohne in die Ohren? Und der Gewinne ist Sausfall Klaus. Leute, ihr seid mal hier. Ich habe das Spiel entschieden. Ihr seid Weltmeister. Di Willie, ich habe das paraаго Lambr trazer. Ich bin aber, es kann den Ball Da, die Serie zu gehen. Ich kann den Ball da, die Bewegung aus. Seitdem am Tag.